Heute zu einem Minecraft Let's Play, wie gestern, ja, gestern angekündigt, ähm, tun wir heute Jumpdown und Getdown spielen. Ja, jetzt gehen wir einfach mal rein. Wurde ich ein bisschen wieder zurück, damit ihr mich besser erkennt. So, so ist ich glaub gut, ja, so ist echt gut. Ähm, ja, lass mal sagen, let's beginn. Schau, gucken, oh Gott, sind gerade alle leer, bei Getdown, da ist schon ein bisschen mehr los. Also ich hoffe, dass es sich jetzt schnell fühlt, wenn ich muss mir ein bisschen schneiden, aber es fühlt sich schnell. Ich will nur schon mal sagen, ich bin nicht der Beste. Ja, ja, bumm, die ist auch ab. Ja, 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 ich hab's drauf. Habt das gesehen, ihr Cristi, das ist still. Da kann keiner, also nur ich hab sowas drauf. Also du findest keinem Internet, der so drauf hat. Hier, guck, guck, guck. Ich zeige's jetzt, wie man's macht, älter und steht hier drauf, ja. So, ja, guck, 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 gern die gesehen, wie falsch es gemacht hat. so ich habe ich den Bruch das gesehen also hier sieht die Abstimmung beendet er kommt er hat ich kann dann Atlantis ja und jetzt wie Mario also so ein die Blinken den Blocks sind Lucky Blocks ja so nennt man sie wenn man auf die kommt passiert irgendwas und die da das sind so Blocks da kriegt man einen Coin also ich renne jetzt gerade kurz mal hin weil mir ist eigentlich wurscht ob ich gewinnt so jetzt rennen wir gerade mal dahinter wo wir da ist Lucky Blocks Lucky Blocks ich aber wir hätten da hingehen sollen wartet kurz ich gehe noch eine Stufe weiter rüber damit ich es euch einfach richtig zeigen kann ja so das kann wieder kurz hoch easy to work so 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 auch gekommen aktiv ich wie kann man so schnell da ankommen es geht doch nicht guck euch an wie lange das geht niemals ich versuchte mit wichtig warum die sich wieso ist er einfach mal viel weiter vorne als ich k k k k k Prozent 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 Leben Prozent ich muss als ob mir das nur schaden macht den krieg ich aber nicht erwartet ist ich sehe zum ersten mal glaubt auf der map den boden ich bin glatt wie eines länder wenn ich mich überlebt kristig wir müssen die alle so schnell aber ich hätte es schaffen können weil ich war ja anrufen ich hätte sagen sie haben zwei weil müssen kann man bei vier Minuten die minuten ist nicht also ich jetzt ich bin der schilder den schaffend ich muss ja Achtung guckt Lacki Regeneration jetzt hat sich mein Leben gehalt ja das war glück aber man kann auch Pech haben und das bleibt dann mit Pech meine keine Ahnung um ich schierfst und es zieht ja ein paar Herz ab so wie ich noch den 90 coins hat es gesehen so wir gehen jetzt darunter ich bin ja als ob warum ich da immer so schnell und sind die so schnell und Münzen und den Holstwerd jetzt ja muss ich jetzt kämpfen sie kämpfen ein paar Kiefer ich bin der Pro und wenn ich bei den Proben mit sich aus wer unter meiner Gürtellinie das ist so schlecht und auch wieder nicht ja ich habe meinen namen habe ich es kann noch dran geschnitten nicht dass jetzt denkt ich habe meinen namen geändert ja wenn euch mein spaß wenn euch das video also gefällt oder gefallen hat wenn es fertig damit zeit ist am ende alles klar für ein bogen hat der wichser noch mal schneller hat mich nicht ich bin so gut was sie alles noch alles haben schaut euch an punkten dauer punkte vier jumpkills nur jump to 2 er hatte eine diamantrüstung ich hatte gerade meine hässliche vergangene meine ist wir können hier zufrieden so der hinschrank hier ich bin es gehört hoch zum bau hier ich würde sagen das war es auch jetzt schon mit dem video wenn euch das video gefallen hat gibt mir einen daumen nach oben wenn es euch nicht gefallen hat gibt einen daumen nach oben spaß ähm abonniert wenn ihr kein video mehr von mir verpassen wollt ja morgen morgen ist morgen ist mittwoch wenn ich jetzt richtig umgedeckt umgedacht habe weil ich hab's ja am montag vorgedreht ja am mittwoch kommt es kommt am mittwoch entscheidet ihr was am mittwoch kommt wenn ihr nichts sagt dann überlege ich mir selber was ja das war's auch schon ja ciao ö und ö ö ö ö ö ö Vielen Dank.